Jetzt zeige ich Ihnen heute mal, wie ich persönlich gerne mit der mFiles App arbeite. Und ich zeige es Ihnen kurz anhand unserem Personal World beispielsweise. Gehe ich halt hier auf die Startseite. Hier habe ich die Möglichkeit durchsuchen, alle Urlaubsanträge, alle AUs, Bewerbungen, Mitarbeiter, Resturlaube und so weiter. Hier sehe ich meine letzten Freigaben, die ich gemacht habe. Das sind vor allem vornehmlich Urlaubsanträge. Sehen wir hier an dem Paymentsymbol. Hier hätte ich Favoriten, habe ich jetzt keine hinterlegt. Und was ich dann mache, ist natürlich dem aktuellen Benutzer zugewiesen. Jetzt möchte ich gerne der Frau Klotz den Urlaubsantrag für den 21.11. genehmigen. Dann klicke ich hier auf das Workflow-Symbol und bearbeite durch vorgesetzten Urlaubsantrag genehmigt. Dann klicke ich auf das Häkchen und egal wo ich bin, kann ich einfach kurz, relativ unkompliziert, eben die WebPro-Freigabe machen. Hier habe ich also, zur Übersicht noch kurz, hier habe ich wieder meine angehefteten, meine zuletzt benutzten, meine Freigaben, die ich machen muss. Das sind hier meine Rechnungsfreigaben, die ich eben auch mobil am Handy machen kann. Ich hätte Favoriten, falls ich mir sie hinterlegt habe und auch meine Offline-Dokumente.